Da muss man das auch nicht so machen. Genau. Pipi wie ein Lulu. Die beleuchteten Brüder singt immer noch... Immer noch... Nee, Zinkernstecker! Ich hab nichts gemacht. Du kannst es noch machen. Äh, wir sind immer noch. Wir sind immer noch. Welche fehlen uns? Nur der Erste. Nur der Erste? Das ist ganz am Anfang meist. Pyramide. Ja, Feuer und Sand. Ich bin ein Dromedar, ich Erste Pyramiden und... Oh, das ist schon die letzte Welt in dieser Welt. Nee, die Achte muss man auch noch machen. Oh, nee, das ist doch so ein Schloss dann. Halt! Da haben wir schon vorgesprochen, das ist eine eindeutige Anlehnung an Super Mario Bros. 3. Der dritte Teil der Mario Bros. Serie. Das ist doch komisch hier oben. Das ist doch ganz anders gehäkelt, da ist der Rest. Siehst du das denn nicht, hier direkt über mir? Nee, das ist doch nicht anders gehäkelt. Hä, das sieht doch ganz anders aus. Mengenrabatt. Das ist aber auch mal was. So weit weg, die Erste? Ja, rechts war doch alles im Verschieben, oder ne? Und man kommt nicht wieder zurück. Oh ne, was passiert jetzt? Nein, so ein Shit. Verstehst du das jetzt schon? Die Schlösser und die Pfeile. Die haben, guck mal, stopp, 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 wir müssen zurück. Denn, in jedem dieser Bereiche war wahrscheinlich eine Blume. Und wir haben 4, 5, 6, also 2, 3, 4, 5. Man kann am Anfang schieben. Ganz am Ende, wo du schon da reingehüpft bist, schon wieder, ne? Du bist so ungeduldig, wieso bist du so ungeduldig? Hast du wenig Zeit auf der Uhr? Du antwortest mir gar nicht. Eben hast du mich die ganze Zeit dafür kritisiert, dass ich da hinten rumpimmel. Und jetzt hab ich zu wenig Zeit auf der Uhr. Naja, weil... Habt ihr keinen gehabt? Der Wollknolle? Wir müssen hier besser gucken. Siehst du das denn nicht? Das ist da oben anders aus, als könnte man da durchfallen oder so. Ne, das ist ein anderer Stoff an der Einstellung. Ja, aber genau an der Stelle ist doch komisch. Nein, es ist immer mal ein Wechsel in der Textur. Wie schlecht. Technisch jetzt. Na gut, der Rest der Decke ist überhaupt nicht anders. Aber trotzdem. Vielleicht musst du irgendwie Feuer machen. Alle aus, alle an oder so. Ach, shit. Das ist ja noch eine Knäuelis, wenn du die wieder haben willst. Du den nochmal? Schnell? Du bist den rechten Mann. Ausmachen. Nein. 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 Das ist Bullshit. Bullshit. Aber... wir müssen googeln. Ist ja nicht tot. Nein. Es ist einfach hier ein Gebiet, zwei. Oder im letzten Gebiet noch einer. Aber es ist denn das erste Gebiet. Das ist die Frage. Warum gehst du da gleich hin? Es ist Zeitfeier nach unten. Das ist nicht hokey. Das ist nicht hokey. Das ist nicht hokey. jetzt schon. Wo? Ne. Das ist gar nicht instant death. Wie ist da links? Siehst du? Das war Nummer zwei. Weil das ist der erste Weg hier, den ich gegangen bin. Das ist nicht der erste Weg. Das ist der erste Weg. Nummer zwei. Wir hätten ja auch in irgendeine andere Richtung gehen können. Ja, aber dann wäre es doch nicht Nummer zwei gewesen. Das ist halt random irgendwie. Es gibt doch trotzdem eine Reihenfolge, in der man... Ja, und wir haben halt zuerst Nummer zwei gemacht. Das ist die Reihenfolge, die vorge... So stellen die sich das vor bei Nintendo, wenn die darüber reden. Ja. Glaubst du nicht? Nein. Eure Zufall hätte jetzt auch Nummer vier sein können, mit anderen Worten. Ja. Das wäre ein Riesen-Zufall. Ich wäre gar kein Riesen-Zufall. Schau mal, das ist ne Blumi. Ne Blumi? Äh, ne Wolfen. Wieso gehen wir jetzt hier zurück? Das war beim Pfeil. Aber hier waren wir doch schon, oder nicht? Ja, aber du bist ja gleich runtergegangen. Ja, weil deine Pfeil hier nach rechts, nach links zeigt. Das haben wir doch alle schon gesehen hier. Ja, aber nicht, dass es jetzt kommt. Da sind wir doch... Ja, guck mal, das ist doch ein Pfeil nach rechts. Was sagst du denn zu dem? Das ist mir nicht so wichtig. Guck mal. Ich hab sie gefunden, ich bin Punkt. Es ist auch schon ja alles da an der Stelle oder was. Was, ich hatt' mich jetzt mal. Ich hatt' mich jetzt mal. Hat mir das ganze Gebiet irgendwie ausgelaufen oder sein wird? Kann ich es nicht so. Wo geht's hier rein? Der waren wir doch auch schon. Aber das muss man eben machen. Ach, das ist das Rätsel, immer. Prozent das wird so gelöst und aufgesammelt ich glaube nicht bist du unbedeutig das ist wieder da wenn es so ist nicht gar nicht mit James Bond eigentlich nur ein Jahr er hat einen blauen und schwarzen Oberrohr nun für ihre Reine ne ich hab nach Hause wir müssen erst mal jetzt alle Schlüssel sammeln jetzt machen wir zwar entschlossen mit dem Jahr schluss was machst du denn da was machst du denn da reagier mal auf Dinge doch das warst du wir müssen hier wieder raus dann schießt du wenigstens die Wolke das war die Fledermaus die Fledermaus war überhaupt keine Gefahr mehr zu dem Zeitpunkt die hat mir auch nicht geschade wenn die Tür angestopft das auch immer das schon wieder zu bald auf die Wolke schießen die du mal auslöst wir haben doch alles was wir wollen oh nein weg da bleib mal weg so wirklich das war doch eine Werbung das war für eine Wurst ja oder Rocher oder so die Rocher die Rocher die Rocher der Rocher die Rocher die Rocher hat kein Artikel wie Nutella und Hans Lander wie heißt der andere Typ Der Hans Lander hier Hans Klok ist ein Zauberer Mann Hans Klok ja das war der der hat immer ganz viel verraten von den Tricks deswegen wurde er gehasst in der Community wie lächerlich das ist ein Zauberer das nicht Lorf gesehen die Serie? Ja zum Zauberer? Hallo, du hast eine heftigste Doku über warum machst du denn die Wolken, die wir nicht mehr bauen, denn sagst du nicht mal ein, du achtloses Schwein ich bin kein achtloses Schwein, nimm immer wie so ein Arzt lass ihn da rein hüpfen, lass ihn da rein hüpfen lass ihn da rein hüpfen das hast du richtig lange nicht verstanden beim ersten Mal ja, hab ich verstanden lass ihn da rein hüpfen, ich lass ihn da rein hüpfen, verdammte Scheiße warum können wir eigentlich dieses Tuch abbrennen mit unserem Boden nicht totes? nein, oh nein, alles ist aus du hättest es länger in deinem Maul behalten müssen beim ersten Mal und ja, wie ist das passiert? weiß ich nicht, aber es war richtig gut das sind verrückte Sachen passiert zu sehen, zwei haben wir jetzt alle Schlüssel? ja, schnell zurück ich weiß noch nicht mehr, einer fehlt nicht mehr bis ihm fehlte noch einer, aber das ist nicht mehr der Fall das stimmt alles auch fein kommen wir jetzt nochmal Kamek? oder Monty Mow-Wurf oder so? ja, weiß ich nicht guck mal guck mal witzig echt witzig das waren Dings? was war das? das waren Dings? was war das? was wir da gesammelt haben äh, einen Stempel wie konnten wir den denn beim ersten Mal übersehen? und warum sind wir nicht weitergekommen? Dings eine Wolke nicht berührt hast mit deinem an den das ist dann wieder ein Fahrstuhl das ist dann wieder ein Fahrstuhl das sind alle essen haben wir nicht probieren diese Stelle? ja, haben wir, weil wir aber auch alle ständlich finden wollen ach ja, den Druck haben wir nicht mehr nein haben wir immer gesagt, jeder bleibt auf seiner Seite weißt du, was nämlich immer unser Fehler war? wir hätten einfach nur ganz viel spucken müssen statt immer MEEEEEEEET zu machen aber spucken ist auch nicht so ganz zielorientiert aber das geht halt viel schneller das stimmt ach nee du kannst die Leute, wir haben da die 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 an die 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 Prozent dann haben wir Probleme ja weil wir nicht gespuckt haben das war nämlich der Fehler das hat mich beim gucken wahnsinnig gemacht kennst du die Yoshi Hollywood Videos? einige, die meisten alle? nein, die neuesten noch nicht meinst du die jetzt gerade? nein, wir haben ja alle Stempel da sind da gibt's ein paar gute ich hab die letzten drei Filme mehr ich kenn die alle ich kenn auch die jetzigen Likes mein Gag ist das mein Gag ist das ich sag's dir nur haben wir eigentlich einen Kader auf den Balkon gelassen? ein Stempel fehlt macht doch nix ich kann doch gar nicht einschätzen die Zeit ach geht noch wir nähern uns wir nähern uns leider werden wir wahrscheinlich zu einem höheren Level immer mehr Bumpel gelassen haben meinst du? ich denk schon, dass wir das relativ häufig geschafft haben aber noch mit Yoshi gehäkelt Skelett Yoshi das sind ein krasser Typ Nummer 8 das letzte meinst du, wenn wir die anderen Yoshis zusammen häkeln kriegen wir noch andere Nintendo Konsolen noch andere Nintendo Konsolen? mhm außer die Wii U nein das kommen dann für Yoshis die wollen wir passen zum Level das war halt überhaupt nicht passend zu Wii U ist doch auf der Wii U alles Wurst 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 oder Hotdog zweite Blume fehl und dann müssen wir Wurstel bekämpfen dann muss man Wurstel bekämpfen ok kann es vielleicht sein, dass wir da für Knäueles brauchen? wir haben uns gegenseitig ja, das ist wahr lose hupsi baaah da ist ein kleiner Wurstel nichts kann ich mit der Wurst anstellen hier das sitzt da oben nöt und wollen wir mal gucken? Schalt nix von... Du hast aber wahrscheinlich geschlügt... Aber das ist, wie das da leuchtet... Das heißt, dahinter ist ein Geheimnis... Auch noch was von hier... Mächtiges... Die Gags... Oh, wie bin ich da durchgefallen? Du bist viel zu weit in der Richtung hier unterwegs... Du musst immer so lahm in den Rumpel... Ja, weil da hinten vielleicht auch was fehlt... Ich weiß gar nicht, ob es hier weiter geht... Cool, wie kommen wir das mal sehen? Naja, das war halt... Wir hatten keinen Trick-Anstecker... Naja, aber das war doch abzusehen, dass noch was ist... Okay, jetzt rush it... Rush it towards hell... Whatsapp... Ja, wie krass ich bin... Fehlerfrei... Und das, obwohl ich überhaupt nix... Äh... Sehe, weil du so langsam musst... Du bist immer in den falschen Momenten langsam... Ist das schon mal aufgefallen? Ja... In den richtigen bist du's nicht... Ist dir das schon nicht aufgefallen? Nein, du sagst es mir immer... Ja, und? Das fällt dir trotzdem nicht auf? Ich teile deine Meinung nicht... Das hat nix mit Meinung zu tun... Das ist nur relativ objektiv... Äh... Festzustellen... Das ist nicht deine Aufgabe, aber ich beleuchte Tabule... Ich vergolden... Bis du deiner Art und Weise... Deiner Art und Weise kam... Ha, 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 alles zerstörte... Wo bist du denn? Ja, jetzt bin ich... Dahin... Und jetzt stimmst du bestimmt auch... Und du bist noch ganz leer von vorne... Wurstel der Hotdog hat auch im Checkpoint gesetzt... Was hat der gemacht? Das ist aber nett vom Wurstel im Hotdog... Gut, dass du das gemacht hast... Schmeck dir Gas... G... 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 Hier! Schnupper Gas... Böse mich! Auf die Zunge! Zunge! Weißt du, was das für'n Zitat war? Dark and Dark! Ich denk mir irgendwie fest... Kling und Wurstel ist eingeweilt und kam mit mir raus... Gibt's die Blue Man Group noch? Ja... Das sind immer unterschiedliche Leute seit Jahren schon... So wie Daft Punk? Ja... Sind Daft Punk unterschiedliche Leute? Es gibt eine geile Doku... Was ist denn los mit dem Daft Punk? Es gibt's die noch... Sind die noch irgendwie dabei? Sind die jetzt nicht teilweise Blurr? Daft Punk sind Blurr? Ich glaub schon... Sind mir vielleicht nicht immer... Ich hab nichts zum Wannen... Ich seh schon einmal was da passiert... Nee... Ich merkte schon... Du bist keine große Hilfe... Oder? Bost... Nee... Bin ich grad nicht... Zu beleidig... Ich hab denen auch noch... Alles ver... Och Gott... Ich hab ganz wenig angefangen mit seinem Feuer... Aber ich... Aber ich... Ja... Die Musik ist uns genau so wie du spielst... Wurstel hat auch... Oh... Gut... Und ganz ist der Ferne... Und kaputt ist der Wurstel... Was mag das nächste Level sein, lieber Pong? Ich bin sehr gespannt... Das werden wir wahrscheinlich erst im nächsten Video sehen... Komm dir richtig? Sehr gespannt... Sehr gespannt... Bring allerhand... In das ferne... Morgenland... Kopf und Fuß... Hat er auch... Das ist hier so Brauch... Wenn unsere Borglern reißenden 14 werden... Kriegen sie Kopf und... Hast du das jetzt weggedrückt... Dass unser neues Level gehäkelt wurde? Perplex in der Pyramide... Perplex in der Pyramide... Aber... Aber bevor wir da reingehen... Ich muss auch bald mal nach Hause gehen, glaube ich... Guck mal... Ein Video können wir auf jeden Fall noch machen... Aber es ist bestimmt... Seikig-Spoid... Es ist 0 Uhr 23... Es ist der 1. April... Hiermit kündigen wir unsere Live-Tour an... 2018... Wir führen uns durch die längste Arena in Köln... Das war's... Das ist unsere Kultur... In der Langsys Arena in Köln... 2018... Unser längstes Arena in Köln? In der Langsys Arena... Das ist sowas wie die... Jemals Colorline Arena... Nur etwas größer... Ja... Okay... Ich würd sagen, das ist der richtige Rahmen... Wie du aus dem Bruder... Ich glaub, wir fassen so 17.000, 18.000 Leute rein... Es gibt keinen einzigen Kölner, der uns auch nur kennt... Doch, ein... Der kommt nicht... Wahrscheinlich kommt der nicht... Au revoir... Bis bald in Köln...